Herzlich Willkommen in der Watzmann-Therme in Berchtesgaden. Die familienfreundliche Therme im Berchtesgadener Land und im Salzburger Land. Die Sohle-Landschaft beinhaltet sowohl ein Sohle-Innenbecken als auch ein Außenbecken mit jeweils 32 Grad Wassertemperatur. Wir verwenden hierfür die original Berchtesgadener Sohle. Ein besonderes Highlight in unserem Außenbecken ist der große Wasserfall. Ganz neu in unserer Sohle-Landschaft ist das Salz-Lichtbad und das Sohle-Brunnenbad. Unser familienfreundliches Schwimmbad mit dem großen Erholungsbecken mit 30 Grad Wassertemperatur, dem 25 Meter Sportbecken und dem Kleinkinderbereich ergänzen das Gesamtangebot. Ganz besonders beliebt ist unsere 80 Meter lange Black Hole Rutsche. In unserer neuen Saunalandschaft finden Sie verschiedene Highlights. Einmal unsere wunderbare Panoramasauna mit einem herrlichen Blick in die Berchtesgadener Bergwelt. Und die dazugehörende Albensauna. Jedem ersten Freitag im Monat findet immer eine lange Saunanacht statt. Ferner haben wir in unserem Saunagarten die Stollensauna und die Zirbensauna. Ferner können Sie gerade im Sommer auch unseren Saunagarten genießen, in dem Liegemöglichkeiten und Hängematten aufgebaut sind. Nach dem Schwimmen und Saunieren können Sie sich in unserer Gastronomie erholen und unser tolles Speisenangebot genießen. Neben den üblichen Gerichten bieten wir auch eine große Auswahl an regionalen Spezialitäten und eine große Auswahl an unserem Salatgefee. Unsere Öffnungszeiten sind von Sonntags bis Donnerstags von 10 bis 22 Uhr und Freitags und Samstags von 10 bis 24 Uhr. Spiel, Spaß und Erholung – das finden Sie hier in der Watzmann-Therme.